dieses let's play wird präsentiert durch product placement der martin macht weiter solche szenen kann ich nicht spielen ich zwar auch nicht ich bin auch tot aber da kommt schon gut hallo neu starten also ich müsste mich dafür zu sehr aufregen nicht dass er das in der garage halten sie nach objekten ausschauen die ihnen im kampf helfen könnten das wert idee blocken zielgenau nicht zu zielen sind ihre schüsse weniger genau ja super was wissen wir alles guckst du was ist das der knopf der knopf wir können noch mal schauen wie der andere das hirn nicht verliert kann man das überspringen das geht doch nicht lang was ist mein job machen sie ihren job und antworten antworten sie wenigstens durften wir das noch mal sehen genau warum haben wir die axt nicht gekriegt das mit dem zielen das kannst du schon ziemlich gut steig mal der einsteig einsteig ein in das auto ich glaube nicht dass das gute idee ist ich habe jetzt auch noch vor allem zeit zum kombinieren das stimmt ruhig bleiben frank autoschliessen ach verdammt das war knapp oh verdammt ja nein hallo blocken blocken schießen schießen jetzt ins auto oder noch mal probieren das ist das falsches timing dieses arsch mache ich der typ sieht schon aus wie ein arsch ich bin ein alter mann ja sehr gut du hast noch einen schuss doch noch so viel so jetzt einfach gemütlich einsteigen das platzchen ist lauter das platzchen ist lauter jetzt kannst du umfahren fahren oben die sau scheißkerl das gefällt ihm nicht ich glaube ich glaube ich bin gerade noch nein er hat übrigens gerade das gabrio gemacht wie auch immer da er das gemacht hat es ist einfach unfassbar aber immerhin tut er uns nicht weh ich bin nicht sicher beenden wir das du und ich ja mach oh ja wollen wir die spritztur machen ja ja nein scheiße jetzt ist er aufgespießt hoffentlich oder also er ja ja du du ihr also ich tue noch ein bisschen er ist aufgespießt sehr schön er lebt immer noch das Arschloch unser unfassbar unfassbar aber das sind auch jetzt weißt du das war jetzt irgendwie nur Zufall wow mach mal die Kiste die Kiste kaputt die sieht aus wie die vorher ah gute Idee oh Junge schau was du ne ehrlich scheißkerl ne ach das ist nicht vorbei weißt du äh gott sei dank er ist noch nicht sicher dreck oh grafikfehler es war kein fehler es war works as designed meinst du so ein bisschen clipping aber es ist erledigt oder nur wenn er da liegt ich finde das hast du jetzt insgesamt ganz gut gemacht wenn ich mal ehrlich sein soll nein nein ich glaube der kommt wieder ja ich glaube auch dann fehlt der Kopf oh das steht auch wenn man für Türen braucht ja 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 genau Tür zur Halle ja war das ja genau ah mein Gott was war das Flinten Munition das heisst wir kommen dann irgendwann auch mal oh größere Munnen über du meinst grössere Knarre äh grössere Knarre ja ja und was mache ich jetzt da hinten da kannst du bestimmt runter du meinst du ich hätte auf der anderen Seite nicht runter können weiss ich nicht vielleicht ist das Sackgasse oder irgendwie aha nein das ist jetzt natürlich wieder ausserhalb von der Garage ah ja genau Abkürzung sozusagen ja ja der einzige Weg das ist auch total sinnfrei das X da das ist für die 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 nicht Garage verstehen die nicht Garage lesen können genau die können dann nochmal Garage lesen für andere Sprache nein für andere Sprache ah ok das Speicher 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 schnell 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 jetzt jetzt pfff das ist ja echt anstrengend Mensch meie meie meinst du wir sehen den Daddy nicht mehr hm meinst du wir sehen den Daddy nicht mehr doch bin mir sicher ich glaube da gibt es nur zwei da gibt es wahrscheinlich die Tussi die Oma und meinst du es gibt gar nicht mehr weiss ich nicht aber so wie der wieder zurück kommt da kommen die anderen wahrscheinlich auch wieder zurück jedenfalls sind wir erstmal ein Stückchen weiter wieder also das ist auch eine typische Tür in so einem in so einem Hillbilly in so einem Hillbilly Haus da hat es ja solche Türen zuhauf normal absolut sehe ich genauso oh was ist das was war denn das jetzt ich weiss es doch nicht ich schaue mal schnell alle Kisten anschauen antike Münze da klappert es das schon wieder da bin ich gewesen wo gegen etwas gelaufen ist du bist gelb flüssige Krimikalien und Dings kombinieren und Patronen nein du hast zwei Schießpulver ja da kannst du bestimmt dann dir deine eigene Moon bauen mit flüssiger Krimikalie kombinieren um Pistolen Munition herzustellen da steht das sogar ja ist auch wieder warum naja ist egal das war doch klar ich dachte gleich hat mein Daddy jetzt dir schwer gemacht? das ist dein Vater? das war einmal es tut mir leid aber das ist toll da war wieder so Ding siehst du das? du bekommst das vielleicht sogar hin was 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 hinbekommen? du musst was für mich tun aber ich kann es jetzt nicht erklären du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel aber du musst einen Weg aus dem Haus finden ok ich will mich wieder dann sag doch bitte irgendwelche Schlüssel ja pfff das ist das klassische nicht hilfreich die Köpfe das heisst wir brauchen schon drei Köpfe oh was ist das denn? Gopiens ah ein Pendel andere Uhr in zwei Jahren in zwei Jahren mehr als 20 Personen vermisst Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten dass eine Suche nach Helen Mitkiff Mitkiff eingeleitet wurde eine College Studentin aus North Carolina die durch Louisiana reiste von Miss Mitkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur 21. was? das ist doch gleich Berichte von vermissten Personen haben in den letzten zwei Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen aha ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht sesshafte man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus die unauffindbar sind die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle sie plant mehr was Befragungen von Anwohnern durchzuführen sowie die Zahl von Ermittlern die Zahl von achso die Zahl der Ermittler aufzustocken ich wollte gerade sagen ok 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 what's that? skyhound skyhound da fehlt der auch was oder? ist der ausgerissen oder was? Jäger der Lüfte das Gemälde was? ist gemeldet zeigt ein Hund der bellend aufschaut aha Glückwunsch Hund Aua was ist das? was kommt da rein? nein da war irgendein Stab mit irgendeinem Loch drin sie Indiana Jones ja damit es da vorne eine richtigen Art Linsen oder so irgendwie sowas also ich gehe jetzt auf jeden Fall zuerst mal retour zum das Pendel das ist da ja genau also richtigen Ort dann durch flüssige Chemikalien ja ok das ist aber nicht da gewesen Martin mhm da ist es da ja wie krass ich vermisse die Mila Jovović ein bisschen hahaha das ist wahrscheinlich die, die telefoniert nein ja die, die telefoniert was? das ist einer von den Köpfen aaaa ein Köpfe aber nur einer ja von drei ach ach ich bin sicher für nirgendwo volle Termine wenn ich da so umeinanderrenne einfach mal prophylaktisch ja macht Sinn nachdem wir den Köpfe da hinein gelernt haben dass wir gar nicht so viel Zeug können mit tragen ja so wo sind wir dran gewesen treppe hoch wäre so next next haben wir denn alles da schon angeschaut hm weiss ich nicht ne wir wollten dort sind wir gewesen haben wir den Schrank schon auf ja ok dort am 1 ja ja da ist der Dingst drin gewesen was ist sie was ist denn da unten die Schachtel ah genau nein das ist nur zum zumachen achso ok hab ich vorher nämlich schon gedacht irgendwie komisch kann man die Schachtel da kann man an der Schachtel noch was tun ok ok aber sieht so aus als ob man hoch müsste oder mhm alte Schuhe wer ist das das ist mir völlig egal hauptsache ich habe eine Flinte ui ohne Schuss wie kann das sein wieso du hast doch hast du nicht Munizio eine eine hauptsache hauptsache das ist ja üppig hauptsache du weisst aber weisst was wir da auf hm das wäre ja noch gut wenn wir die nachladen bringt doch eh nix Luftpistolen scheissdreck also die Waffe ob du die hast oder ob du mit ob du mit Papierkrampen schießt das ist ja überhaupt kein Unterschied jup komm ich jetzt nicht mehr retten oder wie oder was da hä doch da warst du doch vorher schon mal ja ich bin da reinkommen hä da ist jetzt zu hä hä leg mal die Flinte zurück genau ne ach ist das gemein vielleicht kann man da was anderes hinlegen ja wenn man einen Stab findet oder so ja ja ein Besen was Eveline Eveline irgendwas mei irgendwas saftig saftig so saftig das ist jetzt Dings ich habe nichts zum aufmachen oh uau wow mh 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 also ich finde auch die diese roten Flecken auf den Bildschirm die sind viel zu prominent finde ich auch nicht gut du bist mein held viel besser es tut mir leid ich kann nicht mehr nicht zu fassen was war scheiss aber ich kann es oh guck die alte die oma komm bring sie um die wacht eh wieder auf einfach nur weil du es kannst nein doch nein doch jedes mal wenn ich auf dich gehört habe in so einer Situation war es scheisse nachher scheisse das stimmt gar nicht oh doch das denkst du nur nee nee zum Beispiel vor Schüssi sie könnten ein Zombie werden hätte ja auch passieren können setzen aufkommen kann ich nicht was war das das ist Schlange oder an der Tür was ist das denn wie beknackt wie laut was rechts kam die Stimme her in der Ecke ist nix da ist nochmal der Knarre antike Münze wofür die wohl gut sind keine Ahnung Margrit bringt den Hippie Mistkerl den wir gefangen haben von der Halle zum Verarbeitungsbereich Ah das ist Mia Mama Mia wir sind knapp dran doch einmal nicht pausieren Ethan please watch this Hallo mir schläft so ein bisschen das Gesicht ein Ah Ethan wenn du sie jetzt findest ich weiß ich kann von dir wirklich nichts erwarten genau weil du ein Arschloch bist was ich getan habe achso aber ich will dass du weißt das war nicht ich ich weiß ich weiß nicht was passiert ist es gibt so viel dass du wissen musst ja bist du ja du hast uns einen Schreck eingejagt junge Lady wer filmt eigentlich oh da bin ja ich du wirst keine Chance haben das ist mal wieder vielversprechend kannst doch gleich stehen bleiben eigentlich ist es wurscht du kriegst eher aufs Maul ich meine die ist doch gefangen doch nicht so schnell hoch überall hat es Kerzchen am Boden in einer Holzhütte das ist doch gefährlich ja hier drüben Mami who's that meine Tochter offensichtlich hat die Tochter die hat doch keine Tochter die hat doch nur einen Freund den Ethan Ethan ach ich hasse es ja äh genau öh wie sieht das vor allem schon da aus nicht geh mal außen rum durch die andere Tür ja dadurch das klappt ja ich weiß genau ich verschreck jetzt sind gerade wieder und die Kataschenlampe da hat es noch herzliches ja ich meine ja ich glaube du wirst ich glaube dass du da irgendwo hingeführt wirst meinst hinter dir ich hab die Schnauze voll davon die Schnauze voll von deinem Mist ich muss nicht verstehen ich muss nicht verstehen du hast gefehlt so viel zu dem Thema gefehlt an der Stelle würde ich sagen tschüssi gefehlt wir sehen nachher wenn er es macht tschüssi zu die Schnauze voll aus die Schnauze voll das die Schnauze voll das die Schnauze voll von deinem Mist